Kann bzw. sollte Valve ein neues Counter-Strike erstellen? Bringt es was? Wie würde das aussehen? Willkommen zum heutigen CSGO-Podcast. Die Frage habt ihr mir jetzt schon recht oft gestellt, und zwar, was ich davon halten würde, wenn ein neues CS so und so rauskommen würde, bzw. was ich dazu sagen würde, wenn es denn auf einmal passiert. Wäre ich dann da voll dabei oder sage ich, was ist hier los, was ist passiert? Also an und für sich wäre es natürlich eine coole Sache. Alleine schon YouTube-Technik, weil ich bei Counter-Strike an sich recht gut gelistet bin und es natürlich nett wäre, wenn da wieder ein Counter-Strike-Spiel da wäre, das den vollen Hype hat und dass ich mich eben reinstürzen könnte. Wachstumstechnisch wäre das natürlich wunderschön, aber ist das überhaupt realistisch? Man muss dafür erstmal zurücktreten und sich diese gesamte Counter-Strike-Mythologie anschauen. Es gibt schon sehr, sehr viele Teile, Counter-Strike hat schon viel erlebt und gesehen. An sich hat sich Counter-Strike eigentlich bis Source kaum verändert. Es war immer das Gleiche und das war auch schön. Also das hat gerade die Community, die es eben gefeiert hat, gefeiert. Dass es einfach gleich geblieben ist und sich nicht großartig verändert hat, so wie andere Spiele. Weil ja auch genau das gewollt war von der Community. Man wollte Counter-Strike haben. Vielleicht ein Counter-Strike, das besser aussieht, das irgendwie zugänglicher ist auf eine gewisse Art und Weise, aber das an und für sich im Kern gleich bleibt. In diesem Fall wollte die Community nicht nur, dass der Kern gleich bleibt, sondern dass so gut wie alles gleich bleibt. Als dann Counter-Strike Global Offensive angekündigt war, waren natürlich sehr viele Leute enttäuscht. Gerade die, die eben eingefleischt in Source waren, vielleicht auch in gewissen Ligen gespielt haben und so weiter. Waren sehr enttäuscht, dass da auf einmal was Neues kommt, was möglicherweise den alten Lieblingen von der Bildfläche verschwinden lässt. CSGO K mit aufgebesserter Grafik und hast ja nicht gesehen, was da noch alles mit am Start war. Natürlich war es am Anfang erstmal verhasst und es war jetzt nicht das beliebteste Counter-Strike. Es hat sich aber dann doch gemacht. Alleine schon, weil Source und 1.6 immer weiter abgedriftet sind und sich dann immer mehr Leute auf Go gestützt haben. Gerade die Kinder bzw. Jugendlichen wollen ja das Neueste spielen und nicht so einen alten Schinken, weil sie dafür eher einen geringen Zugang haben. Sie wollen das Neue, das Neueste und guck mal da, boah, was ich da alles gesehen habe. Es lief also doch ganz gut an und dann kamen die Skins und damit hat dann Valve, die einen sagen leider, die anderen sagen zum Glück, der Community was in die Hand gegeben, mit dem sie das Spiel ultra hypen können. An sich war der Gedanke von Valve einfach, wir bringen Skins raus, da können wir ein bisschen Geld verdienen, indem wir da so Kisten raushasseln und da muss man halt ein 2-Euro-Key kaufen, damit man dann an diese Skins drankommt. Vielleicht wird das ja ähnlich beliebt wie bei Spiel XY und die Leute sammeln so ein bisschen. Ich denke, es hat kaum einer damit gerechnet, dass es zu so einem riesigen Hype kommen wird um diese Skins, weil es bei keinem anderen Spiel so groß war, so viel, so wertvoll, so teuer und so weiter und so fort. Go war eines der ersten Spiele, bei denen die Skins so einen extremen Hype durchlaufen haben durch die Community. Und dadurch wurde leider ein riesiger Hype auf ganz, ganz wackeligen Stelzen aufgebaut. Es hat sich darum dann ein riesiges System aufgebaut mit Drittanbietern, die mit den Skins was machen, gambeln, tauschen, verkaufen und alles mögliche. Ab diesem Moment hat die Community selbst einen riesigen roten Stopp-Knopf erschaffen, auf den irgendwann jemand drauf hämmert und dann ist das Spiel ziemlich gefistet. Und dieser Knopf wurde immer wieder gedrückt in den letzten paar Jahren. Wer sich fragt, was ich damit meine, kurz erklärt, die Skins sollten nie im Vordergrund stehen. Das Spiel, das eigentliche Spiel ist das, worum es geht und nicht die Skins. Es kamen unglaublich viele Leute, wirklich extrem viele Leute ausschließlich wegen den Skins zu dem Spiel. Und das hat auch direkt das Ende besiegelt, denn ab dem Moment, wo die Skins nicht mehr so funktionieren, dieser Markt drumherum, wie er funktioniert, ab diesem Moment würden die Leute auch wieder abspringen. Und daran kann dann sogar eine Verbesserung am Spiegel selbst nichts verändern. Weil die Leute einfach wegen den Skins gekommen sind und wegen nichts anderem. Um jetzt dann zum eigentlichen Thema zu kommen. Ein neues Counter-Strike. Ist es möglich? Also, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sie da an etwas Neuem arbeiten. Bereits jetzt schon. Wie das Ganze aussieht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie jetzt noch sagen, so wir halten an unseren alten Dingen fest. Also jetzt aus 1.6 und Source. Bauen wieder ein skillbasiertes Spiel, das an sich genauso läuft wie die anderen Teile auch. Und damit hat es sich. Damit kann man leider kaum noch einen Hype auslösen mit sowas. Natürlich gäbe es schon so einen kleinen positiven Aufschrei, wenn sie dann auch so dick Werbung fahren würden. Von wegen, Counter-Strike kommt wieder zurück zu seinen Wurzeln. Aber das neue Publikum, das sich im Moment erhebt, und zwar die Kinder und sehr jungen Jugendlichen, die würde man damit kein bisschen abfarmen. Das heißt, Counter-Strike würde sich, denke ich, in einem neuen Spiel so weit hingehend verändern, dass es wahrscheinlich den eingefleischten Fans noch weniger gefällt, wie es schon bei Go war. Also der Aufschrei der Community würde noch größer werden. So zumindest meine Vermutung. Wenn man sich andere AAA-Titel anschaut, wie Battlefield oder COD, da heißt es ja auch, Leute, keine Sorge, Royale ist am Start. Ich will nicht sagen, dass es bei CSGO auf Royale hinauslaufen wird, dass die auch so ein Battle-Royale-Modus oder hin und her. Ich will nur sagen, dass sie auf jeden Fall nicht mehr so ein Spiel abliefern würden, wie es 1.6 Source oder auch Go war. Sondern, dass es wirklich was richtig krass Aufpoliertes sein wird, mit ziemlich vielen Zusatzfeaturen. Das Ganze muss aber noch lange nicht heißen, dass es irgendwie extrem negativ ist, weil gerade die Leute, die nach neuem Content schreien, also so wie ich, ich denke, die würden dann eher auf ihre Kosten kommen. Denn ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir dann in so einem Teil endlich ein besseres Belohnungssystem aufbauen, ein besseres Rank-System, vor allem auch, dass es Seasons geben wird und so weiter, dass man immer wieder neu angespornt ist, jetzt reinzuhasseln, um was zu erreichen. So ein Rang, der über alle Zeiten hinwegläuft, ist auch nett. Und sowas kann auch auf jeden Fall bleiben, aber es sollte nicht der einzige sein. Man müsste immer wieder neue Dinge haben, die auch gar nicht großartig neu sein müssen. Solche Seasons zum Beispiel mit einem extra Rang für diese und jene Season, das ist kein großes Ding. Ein Belohnungssystem, um vielleicht gewisse Dinge freizuschalten, ist auch nicht allzu schwierig. Denn gerade die ganz jungen Leute, also man merkt es immer wieder, wenn man eben mit jungen Leuten zu tun hat, sind mitunter extrem ungeduldig. Also es wird irgendwas gespielt und sobald es irgendeinen Reiz so ein bisschen verliert, wirklich schon im geringen Maße, dann wird was Neues gespielt, was anderes probiert. Bei Kindern merkt man das ganz besonders, wenn man mit ihnen irgendwas spielt, also wirklich jetzt ein Computerspiel und dieser anfängliche Reiz vorbei ist oder man vielleicht sogar irgendwo hängen bleibt, dann sagen sie sofort, lass was anderes machen. Wie gesagt, die Gamer und vor allem auch Zuschauer auf YouTube, die ja auch einen riesigen prozentualen Anteil ausmachen von einem Hype für ein Game, werden einfach immer, immer jünger. Es gibt vier, fünf, sechs, siebenjährige, die mit Tablets da hocken und den ganzen Tag Videos gucken. Und genau das ist wahrscheinlich auch das Zielpublikum für gewisse neue Spiele oder für gewisse Teile von Spielen. Also nicht zwingend, dass sie das selbst spielen, aber dass sie das gerne gucken. Das sind Dinge, an die man früher nie im Leben gedacht hat. Aber gerade diese Jugend macht auch einen riesigen Teil der Einnahmen aus für diese einzelnen Sparten. Und ich denke, darauf wird Wert gelegt. Das merkt man ja zum Beispiel an Fortnite. Ich weiß gar nicht, ob Fortnite eine Altersfreigabe hat, also wenn, dann wahrscheinlich ab sechs. Es ist das perfekte Spiel, um genau diese Altersgruppe anzuziehen und dann wiederum in Anführungsstrichelchen finanziell auszuziehen. Also man nimmt dadurch so viel Geld ein. Die Kinder spielen das Spiel und sagen zu ihren Eltern, ah, kann ich fünf Euro haben für so ein neues Ding? Und dann sagen die Eltern, ja komm, ist ja nicht schlimm, ist ja eine einmalige Sache, weißt du? Und das sagen dann eine Million Eltern und dann sind es fünf Millionen Euro, die bereits eingenommen wurden. Das geht so schnell. Es gibt so viele kleine, verwöhnte Stinker, die halt alles Mögliche haben, ja, die ihr eigenes Taschengeld in dieses Spiel reinstecken, weil es ihnen so wichtig ist. Der Zeitgeist ist einfach ein ganz anderer, wie er halt logischerweise vor zehn oder 15 Jahren war. Und um wieder zum Thema zurückzukommen, genau darauf oder zumindest zum Teil wird sich Counter-Strike, das neue Counter-Strike, falls es eins geben wird, beziehen. War der Satz jetzt richtig? Oder habe ich, naja, ihr habt wahrscheinlich verstanden, was ich gemeint habe. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, ich würde mich natürlich über ein neues Counter-Strike freuen, weil es mich einfach beruflich pushen würde, höchstwahrscheinlich. Zweitens, es wird sicherlich deutlich umfangreicher als die letzten Counter-Strike-Teile. Und vor allem abwechslungsreicher dadurch. Und drittens, es wird sicherlich auch Aspekte geben, die entweder Kinder dazu veranlassen, es selbst zu spielen, oder aber es zu schauen. Denn das ist, wie gesagt, einfach ein Punkt, der immer, immer größer wird, immer, immer stärker. Wenn man sich den Trend anschaut von solchen Spielen, die in die Richtung entwickelt werden, oder einfach von YouTube-Kanälen, die aus dem Boden sprießen seit fünf oder sechs Jahren, die Content nur für Kinder machen, dann muss man auch in der Zukunft mit verstärkten Aktivitäten in genau diese Richtung rechnen. Ich sage ja auf keinen Fall, dass es nur noch Kinderspiele geben wird. Aber ich sage, dass Spiele, sobald sie die Möglichkeit dazu haben, auch in diese Richtung gehen werden. Zumindest mit Teilen. Wann das Ganze kommen soll, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das haben auch ein paar gefragt. Wann, glaubst du, kommt ein neuer Counter-Strike-Teil? Ich weiß nicht, wie lange es zwischen 1.6 und Source war, wie viele Jahre, beziehungsweise zwischen Source und Go. Ich glaube, da waren es zehn Jahre oder sowas. Bin mir nicht sicher. Ich habe überhaupt keinen Plan. Vielleicht auch nur sechs oder sieben. Auf jeden Fall kann es schon auch eine Weile dauern. An Go wird ja noch hart gearbeitet, an WAC, WACnet wird hart gearbeitet, was ja auch auf jeden Fall eine gute Sache ist, denn solche Anti-Cheat-Programme kann man dann auch in Zukunft natürlich bei anderen Spielen benutzen. Am Trust-System wird vielleicht noch gearbeitet. Da bin ich mir nicht sicher, beziehungsweise habe ich keine Informationen dazu. Aber ja, es wird nach wie vor Updates für Go geben und ich denke auch, dass Operations und so weiter für Go erscheinen werden und dass ein neues Counter-Strike sicherlich noch ein paar Jahre braucht. Natürlich ist ja am Ende wieder die Frage an euch, wie würdet ihr es finden, wenn ein neues Counter-Strike kommen würde und vor allem, was glaubt ihr, wie es aussehen würde? Glaubt ihr, dass sie wirklich so ein traditionelles Counter-Strike bringen oder glaubt ihr, dass sie eher in diese neue Richtung gehen, mehr Abwechslung, mehr Content, auch für die etwas Jüngeren was mit reinwursten? Wie sieht es aus? Und vor allem würdet ihr es spielen? Ganz wichtige Frage. Ich denke, dass es einigen dann so gehen wird, wie mir damals als Go erschien. Wir haben es uns, wie gesagt, alle maulend vorbestellt. Wir haben uns aufgeregt, ah, Scheißdreck, wir laden es jetzt halt immer direkt, klar, um zu gucken, wie es so ist, aber es ist bestimmt scheiße. Ich denke, so wird es einigen gehen. Direkt nach den ersten paar Tests, Baron und ich haben damals, glaub ich, ein oder zwei Videos auch hochgeladen. Nicht direkt nach dem Release, aber es ist bestimmt schon drei, vier oder fünf Jahre her, dass wir diese Videos gemacht haben. Und ja, danach war einfach nichts mehr. Dann haben wir es liegen gelassen, weil es einfach kacke war. Im krassen Vergleich zu Source. Aber man findet sich halt mit allem ab, irgendwie. Vor allem, wenn man es halt dann wiederum in meinem speziellen Fall so angeht, wie ich es eben angehe. Ja, ich spiele das Spiel ja nicht um das Spieleswillen, sondern um eures Willen. Dann spiele ich ja die Sachen. Weil ich Spaß daran habe, mit euch zusammen dann zu wachsen, mit diesen Spielen. Aber die Spiele sind dann auch nur Mittel zum Zweck. Beziehungsweise das Medium. Ich glaube, das ist besser ausgedrückt. Die Spiele sind das Medium, in dem wir uns unterhalten oder mit dem ich, über das ich mit euch kommuniziere. Und da wähle ich natürlich schon Spiele, die so ein bisschen den Nerv treffen. Der Zeit, logischerweise, ja. Am klügsten wäre es natürlich, wenn ich mich in Fortnite reingestürzt hätte, wie ein Schweinepriester. Aber es gibt Dinge, die kann man dann doch einfach nicht mit sich vereinbaren. Beziehungsweise, ähm, ja, das ist eine schwierige Sache. Das wäre auch fast wieder ein neuer Podcast. Mich haben viele gefragt, wie es denn mit Fortnite aussieht und warum ich mir nicht hätte vorstellen können, das direkt von Anfang an zu machen, weil ich dann wahrscheinlich, ähm, bereits jetzt bei 50.000 bis 100.000 Subs stehen würde. Dann hätte ich jetzt die ganzen Secrets gemacht und den Scheiß und hin und her. Man sieht es ja bei anderen kleinen Würsten, die drauf umgestiegen sind und gewachsen sind wie, wie noch was. Es ist ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema. Ich denke, da mache ich wahrscheinlich auch nochmal einen eigenen Podcast drüber. Ich will ja eh in Zukunft Podcasts machen, die nicht nur CSGO betreffen, sondern einfach Gott und die Welt betreffen. Alles YouTube und Lirum Larum. Und da wird das auch auf jeden Fall ein Thema sein. Wie weit der normale Mensch geht, also, ne, YouTuber, Börsenmakler, Chemiker, Straßenfeger, wie weit man geht, um finanziell erfolgreich zu sein. Na, jeder, der angestellt ist, verkauft ja seine Zeit an seinen Arbeitgeber oder seinen Körper, also in Form von Arbeitskraft oder seinen Kopf in Form von Denkvermögen an seinen Arbeitgeber. Und, äh, ist jetzt aber nicht das Thema. Da werde ich dann was Eigenes draus wurschteln. Ihr könnt gerne an der Stelle auch nochmal was dazu sagen, wie ihr das fändet oder wie sehr ihr euch auf solche Podcasts freut. Und, äh, und ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Likes auf den letzten Podcast und natürlich auch vielen Dank fürs Zusehen und für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht auch noch fürs Zuhören, man weiß ja nicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.